Bin unterwegs. Ja. Hi. Hallo, Pille. Das ist ja schön, dass du dich freimachen konntest. Du bist viel beschäftigt, ne? Oh ja. Wir haben viel zu tun, die Petersilie und ich. Wer ist denn Petersilie? Das ist die Clownsfrau, mit der ich immer unterwegs bin. Oh, erzähl doch mal. Was habt ihr denn gemacht? Hm. Also gestern waren wir in einer Kinderklinik. Ah, ja. Und da haben wir den Lukas besucht. Aha. Weil Petersilie war schon mal da, aber da wollte Lukas gar nicht, dass sie kommt. Warum das denn nicht? Ha, Petersilie ist groß und bunt und der Lukas ist so schüchtern, der hat sich nicht getraut. Oh, und auch deshalb hat sie dich dabei gehabt. Ja, klar.